Brenton W. Jones ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Sänger. Leben Brenton W. Jones ist im Mai 1988 in Greensboro, North Carolina, geboren und wuchs mit seinen Eltern Kimberly und Ray Jones in M. Cleansville, North Carolina, auf. Er besuchte die Northeast Guildford High School in Guildford County, an dem er Mitglied der Sportmannschaften von Fußball, Leichtathletik und Ring war. Neben der Schauspielerei ist er auch als Sänger tätig. 2011 nahm er den Song Van Abinon zusammen mit New York auf. Sein Debüt gab er in verschiedenen Fernsehserien. Er absolvierte Gastauftritte 2009, einen Gastauftritt in 90.210, 2010 und 2011 war er in Low & Order, L.A.C.S.I. New & Switched at Birth zu sehen. Bekannt wurde er mit der Rolle des Liam in Lightomy und der Rolle des Charlie Russell in C.S.I. Vegas. Danach hatte er Gastauftritte in The Finder, Jane by Design, Victorious, Supernatural und zwei Bro Girls. Seit 2013 spielt er die wiederkehrende Nebenrolle Andro Campbell in der US-Serie Pretty Little Liars. Ebenfalls seit 2013 verkörpert er die Nebenrolle des Liam Olmstedt in der ABC-Family-Fernsehserie The Forsters. Außerdem war er 2013 in der Webserie Trainers als Scott zu sehen. Filmografie 2009, 90.210, 2010, Low & Order, L.A. 2010 zu 2011, Lightomy 2011, C.S.I. New 2011, Switched at Birth 2011, First Day 2, First Dance 2011 zu 2012, C.S.I. Vegas 2011, Born to Race 2012, The Finder 2012, Jane by Design 2012, Victorious 2012, Supernatural 2012, Zwei Bro Girls 2013, Killer Reality 2013, Trainers. Seit 2013, Pretty Little Liars, Seit 2013, The Forsters 2014, Cabot College 2014, The Middle 2015 zu 2016, Unbreakable Kimmy Schmidt.